Jeden Tag Wie gut, dass Max zu Hause geübt hat Denn Mathe ist dein Lieblingsfach Einmal 8 ist 8, Herr Schmidt Und zweimal 8 ist 16 Dreimal 8 ist 24, sehen Sie, ich kann rechnen Viermal 8 ist 32 Fünfmal 8 ist 40 Sechsmal 8 ist 48, Mathe ist so wichtig Siebenmal 8 ist 56, gleich sind wir am Ende Achtmal 8 ist 64, klatsch mal in die Hände Neunmal 8 ist 72, zehnmal 8 ist 80 Wenn du es beim ersten Mal nicht kannst, dann sag ich dir Das macht nichts Das macht nichts Das macht nichts Das macht nichts Jeden Tag geht Max zur Schule Mal hat er Lust, mal eher nicht Der Lehrer fragt ihn tausend Dinge Und schaut ihm mitten ins Gesicht Er starrt durch seine große Brille Und will von ihm das 1x8 Wie gut, dass Max zu Hause geübt hat Denn Mathe ist dein Lieblingsfach 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80 Das ist einmal laut 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 Vielen Dank.